Wir von Junior Food Art Bern sind hier in Erfurt an der Olympiade der Köche. Wir sind heute Morgen sehr früh angereist, als die ganze Nacht durchgefahren. Sie sind todmüde, sie waren sehr nervös beim Tischaufbau, aber sie sind mega stolz auf das, was wir geleistet haben. Es freut uns wirklich, dass es mit den Lernenden gelungen ist, einen solchen Tisch hinzubringen. Sie sind wirklich sehr stolz darauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017